CD Wissen präsentiert Allgemeinbildung, Biologie und Chemie. Gelesen von Marina Köhler und Michael Schwarzmeier. Die Erde ist ein lebendiger Planet. Fast überall finden sich Lebewesen. In der Tiefsee und in Gebirgen, in der Wüste und in der Arktis. So verschieden die Lebewesen auch sind, allen ist eines gemeinsam. Sie bewegen sich. Die Vögel fliegen, die Fische schwimmen, andere Tiere laufen, springen oder kriechen. Und die Pflanzen? Sie sind, obwohl sie uns bewegungslos erscheinen, ebenso lebendig wie die Tiere. Pflanzen können Licht wahrnehmen und darauf reagieren. Manche können sogar noch mehr. Der Sonnentau beispielsweise fängt mit seinen Blättern Insekten und die Mimose zuckt schon bei leisester Berührung zusammen. Alles Lebendige bewegt sich. Um sich bewegen zu können, brauchen die Lebewesen Nahrung. Sie nehmen Stoffe auf, gewinnen daraus Energie und produzieren Abfallstoffe. Der Stoffwechsel ist das wichtigste Merkmal des Lebens. Denn durch die Verwertung der Nahrung werden im Organismus Zellen erhalten und neue gebildet. Der Körper oder die Pflanze wächst. Wachstum ist ein weiteres Merkmal des Lebens. Zum Leben gehört auch der Tod. Wenn ein Lebewesen stirbt, muss es, um seine Art zu erhalten, zuvor Nachkommen erzeugt haben. Auch die Fortpflanzung gehört zu den Merkmalen des Lebens. Mit den Erscheinungsformen alles Lebendigen, den Vorgängen in ihnen sowie den Beziehungen der Lebewesen zueinander und den Wechselbeziehungen zu ihrer Umwelt beschäftigt sich die Biologie, die Wissenschaft vom Leben. Das Leben entstand in der Frühzeit der Erde, vermutlich vor 3,5 oder 4 Milliarden Jahren. Die meisten Forscher nehmen an, dass sich damals durch Zufall einfache Stoffe wie Wasser, Stickstoff, Wasserstoff, Ammoniak und Methan zu neuen Stoffen zusammenlagerten. Aus ihnen gingen schließlich Eiweißverbindungen, die Grundstoffe des Lebens hervor. Die ersten Lebensformen sind im Wasser, im Ur-Ozean entstanden. Sie waren noch sehr primitiv und entwickelten sich anfangs nur äußerst langsam weiter. Die ältesten Lebensformen, die Geologen gefunden haben, sind bakterienähnliche Lebewesen. Man konnte sie in 3,5 Milliarden Jahre alten Gesteinen nachweisen. Die Frühzeit des Lebens auf der Erde dauerte 2 bis 3 Milliarden Jahre. Sie nimmt vier Fünftel der Entwicklungsgeschichte ein. Der große Motor, der das Leben zur Entwicklung von immer besser organisierten, höher stehenden Formen vorwärts getrieben hat, war die Anpassung an die sich ständig verändernde Umwelt. Im Laufe der Zeit entwickelte sich das Leben zu einer ungeheuren Vielfalt. Es breitete sich über die ganze Erde aus. Bemerkenswertes Riesenzellen Zellen sind nicht immer nur winzig. Nervenzellen beispielsweise werden bis zu einem Meter und pflanzliche Milchröhren sogar mehrere Meter lang. Charles Darwin und die Evolution Noch vor wenigen Jahrhunderten glaubte man, dass die Erde mit allem, was darauf lebte, erst vor einigen Jahrtausenden erschaffen worden sei. Als selbstverständlich galt auch, dass es seit dem Schöpfungstag keine wesentlichen Veränderungen gegeben habe. Einige Wissenschaftler aber hielten dies für falsch. Auch der englische Biologe Charles Robert Darwin war nicht von dieser Schöpfungstheorie überzeugt. Er vermutete, dass alle heute lebenden Pflanzen und Tiere aus gemeinsamen Vorfahren hervorgegangen seien. Aber noch fehlten ihm für diese Theorie die Beweise. In mühevoller Kleinarbeit suchte er sie, nahezu 23 Jahre lang. Darwin studierte Tausende von Pflanzen und Tieren, die er während seiner berühmten Seereise mit der Beagle und später gesammelt hatte. Ihn interessierte, wie sie lebten, wie sie sich vermehrten, wie sie sich den unterschiedlichen Klimazonen und ihren verschiedenen Lebensbedingungen anpassten. Er begann, Bienen, Eidechsen und Pinguine zu züchten und befasste sich mit zahlreichen Experimenten. Nach und nach hatte der Forscher so viele Beweise für seine Theorie zusammengetragen, dass er sie 1859 in einem Buch veröffentlichte. Es hieß »Der Ursprung der Arten durch natürliche Auslese« und schlug ein wie eine Bombe. Schon am Erscheinungstag war die erste Auflage von 1250 Exemplaren vergriffen. In seinem Buch gelang es Darwin, überzeugend nachzuweisen, dass sich die heute lebenden Formen der Tier- und Pflanzenwelt im Lauf der Zeit aus einfacheren Formen entwickelt haben. Diese Entwicklung oder Evolution erklärt sich der Forscher durch das »Überleben der Tauglichsten« im Kampf ums Dasein. Der Darwinismus, die Lehre von der Verwandtschaft aller Lebewesen, schockierte die christliche Welt. 1871 erregte Charles Darwin die Welt mit einem weiteren Buch aufs Neue. Es hieß »Die Abstammung des Menschen«. Diesmal zeigte der Wissenschaftler auf, dass auch die heutigen Menschen das Ergebnis eines langen Entwicklungs- und Ausleseprozesses sind. Er behauptete, dass Menschen und Menschenaffen miteinander nahe verwandt sind und gemeinsam von unbekannten Vorfahren abstammen, die vor vielen Jahren auf der Erde lebten, als es noch keine Menschen oder Menschenaffen gab. Darwin stützte seine Behauptung auf das Vorhandensein von verkümmerten Körperteilen, die einst einmal eine Funktion inne hatten. Auch der Mensch unterlag im Laufe der Zeit also Veränderungen. Der Darwinismus, die Lehre von der Verwandtschaft aller Lebewesen, fand bis in die Neuzeit hinein entrüstete Gegner. In einem Staat der USA wurde erst 1968 ein Gesetz aufgehoben, das jedem Strafe androhte, der den Darwinismus vor Schülern auch nur erwähnte. Mendel und die Vererbungslehre Warum erben Menschen die grünen Augen, langen Nasen oder abstehenden Ohren ihrer Vorfahren? Noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts konnte sich dies niemand erklären. Zu dieser Zeit aber beschäftigte sich der österreichische Mönch und Botaniker Gregor Mendel bereits mit Fragen der Vererbung. Ihm war nämlich aufgefallen, dass manche Erbsen seines Klostergartens glatt waren, andere dagegen runzlig. Wie konnte man wohl erreichen, nur glatte Erbsen zu ernten? Mendel wollte dies unbedingt herausfinden. Geduldig experimentierte er mit den Erbsenpflanzen. Er kreuzte sie, untersuchte die Nachkommen und fand schließlich heraus, dass es für bestimmte Merkmale der Pflanzen, Farbe und Hoch- bzw. Niedrigwüchsigkeit jeweils zwei Erbfaktoren geben müsse. Einer dieser beiden ist jeweils dominant, vorherrschend und bestimmt bei der nachfolgenden Generation das Merkmal. Besonders interessant aber, die Pflanzen dieser nachfolgenden Generation besitzen in ihren Erbanlagen jetzt beide Merkmale. Wurden nicht zwei dominante Merkmale vererbt, kann in der dritten Generation bei Kreuzung mit anderen Pflanzen das bis dahin verschüttete Merkmal wieder auftauchen. Mendel erkannte als erster, dass nicht die Merkmale vererbt werden, sondern dafür verantwortliche Anlagen. Nach seinen zahlreichen Versuchsreihen – Mendel zog von 1856 bis 1864 mehr als 10.000 Erbsenpflanzen auf – formulierte der Forscher die sogenannten Mendelschen Regeln. Sie wurden zur Grundlage der Vererbungslehre. Als der Forscher seine Theorien 1865 der wissenschaftlichen Welt vorlegte, schien aber noch niemand die Bedeutung seiner Erkenntnisse zu verstehen. Erst 1900, 16 Jahre nach seinem Tod, wurden sie zufällig wiederentdeckt und bekannt gemacht. Inzwischen wissen die Forscher noch sehr viel mehr über die Vererbung. Sie haben herausgefunden, dass es für jedes Lebewesen einen ganz bestimmten Bauplan gibt. Man hat ihn in chemischer Form in den Zellen der Lebewesen entdeckt. Beim Menschen ist er besonders kompliziert, besteht jedoch aus nahezu 40.000 Einzelanweisungen, den Genen, von denen jedes ein einzelnes Merkmal bestimmen kann. Genetik heißt heute die Wissenschaft von der Vererbung dieser Eigenschaften. Träger der Erbanlagen sind die Chromosomen. Sie befinden sich im Kern der Zellen. Das Wort Chromosom bedeutet gefärbter Körper, weil man sie mit Farbstoffen leicht anfärben und sichtbar machen kann. Jedes Lebewesen hat eine charakteristische Chromosomenzahl. Der Mensch besitzt 46 Chromosomen, die Katze 38, die Mücke 6 und die Birke sogar 84. Bei vielen Krankheiten entdeckt man genetische Ursachen. Gleichzeitig werden gentechnische Verfahren zu ihrer Behandlung entwickelt. Vielleicht, so hoffen die Forscher, kann man eines Tages sogar defekte Gene reparieren, indem man Zellen entnimmt, sie verändert und anschließend wieder in den Körper einbringt. Die Reiche der Lebewesen Schon seit der Zeit der großen geografischen Entdeckungen bemühten sich die Wissenschaftler, alle auf der Erde vorkommenden Tiere und Pflanzen zu erfassen. Bereits Anfang des 17. Jahrhunderts unterschieden sie etwa 6000 Pflanzenarten. Wie aber sollte man diese ordnen? Und was für Namen eigneten sich für sie? Diese Aufgabe nahm sich der schwedische Naturforscher Karl von Linné an. In mühevoller Kleinarbeit suchte er Gemeinsamkeiten zwischen verschiedenen Arten, teilte sie in Gattungen, Ordnungen und Klassen ein. Anschließend entwickelte er ein System zur Benennung von Pflanzen und Tieren. Es ist noch heute gebräuchlich. Danach hat jede Art, Spezies, einen lateinischen Gattungs- und einen Artnamen. So heißt seit Linné die Amsel Turdus Merula, die verwandte Singdrossel Turdus Musicus. Karl von Linné genoss ein so hohes Ansehen in der wissenschaftlichen Welt, dass man damals einen Spruch über ihn prägte. Gott hat die Welt geschaffen, aber Linné hat sie geordnet. Die wissenschaftlichen Namen der Pflanzen und Tiere müssen nicht für immer und ewig gelten. Sie können immer dann verändert werden, wenn es neue Erkenntnisse über die Verwandtschaft der Lebewesen geben sollte. Zu Zeiten Karl von Linnés teilte man die Lebewesen noch in nur zwei große Gruppen ein, das Tier und das Pflanzenreich. Nach damaligem Wissensstand fiel die Unterscheidung nicht schwer. Pflanzen waren generell grün, bewegten sich nicht von der Stelle und brauchten Licht zum Leben. Die beweglichen Tiere dagegen ernährten sich von anderen Lebewesen. Inzwischen weiß man, dass es nicht immer leicht ist, ein Lebewesen dem einen oder dem anderen der beiden großen Reiche zuzuordnen. Viele winzige Geschöpfe sind weder Pflanze noch Tier. Deshalb teilt man die Lebewesen in der Regel nicht in zwei, sondern besser in fünf große Reiche ein. In kernlose Einzeller, echte Einzeller, Pilze, Pflanzen und Tiere. Die kernlosen Einzeller haben im Gegensatz zu den echten Einzellern keinen deutlich abgegrenzten Zellkern. Zu ihnen gehören die Bakterien. Die echten Einzeller sind größer als Bakterien. Sie haben einen abgegrenzten Zellkern und sie können sich wie eine Pflanze oder wie ein Tier ernähren, manche auch wie beide. Dann nutzen sie das Sonnenlicht, um Stoffe aufzubauen und sie nehmen ähnlich einem Tier Stoffe aus der näheren Umgebung auf. Einzeller fühlen sich dort am wohlsten, wo es feucht ist, im Wasser oder in der Erde. Pilze ernähren sich mithilfe eines fein verzweigten Fadensystems von Stoffen aus ihrer Umgebung. Das muss nicht immer totes Material sein. Manche Pilze greifen auch Tiere an und verursachen dann oft Krankheiten. Vor allem aber wirken Pilze mit bei der Vermoderung, dem Abbau der organischen Reste im Boden. Noch immer kann niemand sagen, wie viele Arten von Lebewesen es auf der Erde gibt. Entdeckt und beschrieben wurden bis zum Anfang des 21. Jahrhunderts rund 370.000 Pflanzenarten und mehr als 1,4 Millionen Tierarten. Möglicherweise aber sind es zehnmal so viele. Über die Pflanzen Pflanzen sind die Lunge unserer Erde. Sie produzieren den Sauerstoff, den Mensch, Tier und Pflanze seit Jahrmillionen der Luft und dem Wasser entnehmen. Grüne Pflanzen haben eine einmalige Eigenschaft. Sie können die Energie des Sonnenlichts in chemische Energie umwandeln und dadurch wachsen und gedeihen. Das verdanken sie dem Chlorophyll, griechisch Chloros gleich Grün und Phylon gleich Blatt. Es ist in den Zellen der Blätter eingelagert und gibt ihnen die grüne Farbe. Das Chlorophyll verwandelt mithilfe des Sonnenlichts Kohlendioxid und Wasser aus der Luft und aus dem Erdboden in Traubenzucker, also in Nahrung. Dabei entsteht als Abfallprodukt Sauerstoff. Photosynthese heißt dieser Vorgang. Von ihm hängt alles tierische und menschliche Leben ab. Botaniker, Pflanzenkundler, unterscheiden zwei Gruppen von Pflanzen. Pflanzen ohne Blüten und Pflanzen mit Blüten. Zu den blütenlosen Pflanzen gehören Algen, Mose und Farne. Es gab sie schon vor 350 Millionen Jahren. Die meisten von ihnen sind sehr klein. Blütenlose Pflanzen vermehren sich durch Sporen. Das sind Fortpflanzungskörper. Bei den Mosen werden die Sporen aus Kapseln verstreut, die auf kleinen Stielen sitzen. Wer genau hinschaut, kann sie sogar mit bloßem Auge erkennen. Zu den Blütenpflanzen zählt man die Nadelhölzer, obwohl sie keine Blüten wie beispielsweise die Rose oder Nelke entwickeln. Nadelhölzer haben Zapfenblüten. Bei ihnen sind die Blüten in männliche oder weibliche Zapfen zusammengefasst. Vereinigen sich die Geschlechtszellen der männlichen und der weiblichen Zapfen, entsteht ein Samen. Nadelgehölze gehören zu den Nacktsamen, den ältesten Samenpflanzen. Alle anderen Pflanzen sind Bedecktsamer. Sie stellen mit 250.000 bis 300.000 Arten die größte Pflanzengruppe dar. Ihre Blüten dienen hauptsächlich der Fortpflanzung. Aus Form und Aufbau der Blüten lassen sich die Bedecktsamer in einkeimblättrige und zweikeimblättrige Pflanzen unterteilen. Bemerkenswertes Lebenswichtiges Wasser Alle Pflanzen brauchen Wasser zum Leben. Nur Flüssigkeit kann ihre Zellen mit Nährstoffen aus dem Erdboden versorgen. Der Motor für den Wassertransport von den Wurzeln bis zu den Blättern ist die Verdunstung von Wasser an den Blättern. Dadurch entsteht ein Sog, der das Wasser nach oben zieht. Schon eine Sonnenblume kann auf diese Weise bis einen Liter Wasser am Tag verdunsten. Ein großer Baum über 1000 Liter. Über die Tiere Weit über eine Million Tierarten haben die Zoologen, die Tierkundler bis heute entdeckt und beschrieben. Vielleicht fünf, sieben oder gar zehnmal so viele könnte es geben. Die meisten Tiere sind klein. Viele von ihnen werden nur unter dem Mikroskop sichtbar. Das ist auch ein Grund dafür, warum er noch längst nicht alle Tierarten entdeckt hat. Tiere in ihren einfachsten Erscheinungsformen sind von den Pflanzen nur schwer zu trennen. Der große Unterschied besteht jedoch darin, dass Tiere organische Stoffe, also Pflanzen oder andere Tiere, zu ihrer Ernährung benötigen. Außerdem haben Tiere fast immer ein hochentwickeltes Nervensystem und sie können sich meist frei und zielgerichtet fortbewegen. Tiere gibt es in den unterschiedlichsten Entwicklungsstufen. 97 Prozent aller Tierarten sind wirbellose. Viele von ihnen, wie Schwämme, Nessel und Moostierchen, leben im Meer. Würmer sind ebenso wirbellos wie die Gliederfüßer, die die größte Gruppe der Wirbellosen bilden. Auch die Weichtiere, zu denen Schnecken und Muscheln gehören, die Stachelhäuter und die Seescheiden bilden weitere Gruppen der Wirbellosen. Alle anderen Tiere sind Wirbeltiere. Sie haben eine Wirbelsäule, die den Körper festigt und aus Knochen besteht. Die Wirbelsäule schließt das Rückenmark ein und trägt den Schädel, den Sitz eines hochentwickelten Gehirns. Wirbeltiere sind die Fische, Lurche, Kriechtiere, Vögel und die Säugetiere. Es gibt etwa 31.000 verschiedene Fischarten. Ist Ihr Skelett knorpelig, wie das der Haie, dann heißen sie Knorpelfische. Ein knöchernes Skelett besitzen Knochenfische wie die Forellen. Die meisten Fische haben in ihrer Bauchhöhle eine Schwimmblase, die Auftrieb erzeugt. Fische atmen mit Kiemen. Die Lurche oder Amphibien werden in drei Gruppen unterteilt. Froschlurche mit den Fröschen und Kröten, Schwanzlurche mit den Molchen und Salamandern und Blindwühlen. Sie kommen in den Tropen vor und ähneln kleinen Schlangen. Die meisten Lurche leben an Land, kehren aber zur Fortpflanzung ins Wasser zurück. Dort entwickeln sich auch ihre Jungen. Die Blütezeit der Kriechtiere oder Reptilien begann vor ungefähr 190 Millionen Jahren. 120 Millionen Jahre lang waren sie die beherrschende Tiergruppe unter den Landbewohnern. Heute gibt es noch etwa 6500 Arten. Sie lassen sich in drei große Gruppen einteilen. Echsen und Schlangen, Krokodile sowie Schildkröten. Die einzigen Lebewesen mit Federn sind die Vögel. Sie stammen von den Kriechtieren ab und legen wie diese Eier mit einer Schale. Es gibt etwa 9000 Vogelarten. Einige von ihnen können nicht fliegen. Säugetiere haben drei wichtige gemeinsame Eigenschaften. Sie sind gleich warme Tiere, haben ein Haarkleid, Fell und die Weibchen säugen die Jungen mit Milch aus Milchdrüsen. Die Gruppe der Säugetiere, zu der auch der Mensch gehört, nennt man Herrentiere oder Primaten. Es gibt etwa 4000 Arten von Säugetieren. Das seltsamste ist das an die 40 cm lange Schnabeltier. Es legt ein bis drei Eier und brütet sie allein aus. Die Jungen, die nach 18 Tagen ihre Augen öffnen, ernähren sich von Muttermilch, die sie an einer besonderen Stelle am Bauch des Muttertiers auflecken müssen. Schnabeltiere leben in Südost-Australien und Tasmanien. Die Entwicklung des Menschen Der Mensch ist das höchstentwickelte Lebewesen der Erde. Gemeinsam mit den Menschenaffen gehört er zu den Primaten oder Herrentieren. Von den anderen Arten unterscheiden ihn der aufrechte Gang, die spärliche Körperbehaarung und das stark entwickelte Gehirn. Die Lehre von der Abstammung und Entwicklung des Menschen heißt Anthropologie. Die Wiege des Menschen war vermutlich die Steppe Ostafrikas. Hier entwickelte er sich vor etwa 200.000 Jahren vom affenartigen Wesen zum eigentlichen Menschen, dem Homo sapiens. Lateinisch Homo gleich Mensch, sapiens gleich klug, weise, vernunftbegabt. Der älteste bekannte Vorfahr des Menschen ist der Australopithecus, der Südaffe. Er lebte vor etwa drei Millionen Jahren, konnte bereits aufrecht gehen und hatte mit maximal 560 Kubikzentimetern Volumen ein doppelt so großes Gehirn wie heutige Schimpansen. Auf ihn folgte der Homo habilis, der befähigte Mensch. Mit rund 670 Kubikzentimetern Hirnvolumen war er schon ein Mensch. Der Homo habilis lebte vor 1,85 Millionen Jahren. Er stellte bereits einfache Steingeräte her. Ein deutlich größeres Gehirn mit 900 bis 1200 Kubikzentimetern hatte der Homo erectus, der aufgerichtete Mensch. Er erschien vor etwa 1,5 Millionen Jahren auf der Erde und gilt als der erste wirkliche Mensch. Der Homo erectus kannte bereits den Gebrauch des Feuers und er verstand es, Werkzeuge aus Stein herzustellen. Vor 200.000 Jahren starb er wieder aus. Der Homo sapiens, der auf ihn folgte, ähnelte schon sehr dem heutigen modernen Menschen. Er hatte ein Hirnvolumen von 1300 Kubikzentimetern und war sehr erfinderisch. Er fing das Mammut in Fallen und jagte Tiere, aus deren Fällen er sich Kleider fertigte. Der Homo sapiens entwickelte sich in Afrika und Asien weiter. In Europa und im vorderen Orient dagegen bildete sich eine Unterform aus, der Neandertaler. Er starb vor etwa 40.000 Jahren aus. Homo sapiens sapiens heißt der heutige Mensch, zu dem auch wir gehören. Erste Spuren von ihm entdeckten Forscher in Afrika. Sie waren 120.000 Jahre alt. Vor 90.000 Jahren lebte er in Israel. Vor 50.000 Jahren gelangte er von Asien nach Australien und vor 30.000 oder 15.000 Jahren von Sibirien nach Amerika. Bemerkenswertes Im Laufe der Geschichte haben sich die meisten Völker und Rassen miteinander vermischt. Mulatten heißen die Nachkommen von weißen und schwarzen Eltern. Mästizen sind Mischlinge zwischen Indianern und Weißen. Zambos nennt man die Kinder von Schwarzen und Indianern. Alle Rassen gehören zu einer einzigen Art, dem Homo sapiens. Aufrecht und intelligent Der menschliche Körper ist bei allen Rassen gleich. Anatomie, von griechisch anatemnein, aufschneiden, heißt die Lehre vom Körperbau des Menschen. Der aufrechte Gang und das leistungsfähige Gehirn unterscheiden den Homo sapiens von allen anderen Lebewesen. Ein konstruktives Wunderwerk ist das Skelett. Es besteht aus 206 Knochen unterschiedlicher Größe und stützt den Körper, gibt ihm seine Form und schützt die Organe. Zentrum des Skeletts ist die Wirbelsäule, ein 26-stöckiger Knochenturm. Der oberste Wirbel heißt Atlas. Er trägt den Kopf des Menschen. Das Skelett wächst mit dem Körper mit. Gemessen an seiner Festigkeit ist es erstaunlich leicht. Im Durchschnitt beträgt sein Gewicht nicht mehr als 20% des Körpergewichts. Das Gehirn enthält viele Milliarden Nervenzellen. Sie sind untereinander und mit den Nerven im Körper verknüpft. Jede Nervenzelle kann mit bis zu 10.000 Zellen in der Nachbarschaft in Verbindung stehen. Das Gehirn ist die Kommandozentrale des Körpers. Es gliedert sich in drei Hauptteile. Stammhirn, Kleinhirn und Großhirn. Hirnstamm und Kleinhirn steuern die Atmung, den Blutkreislauf, die Körperhaltung und die Bewegungen. Das Großhirn, man nennt es auch Vorderhirn, macht den größten Teil des Gehirns aus. Es ist zugleich sein höchstentwickelter Teil. Erst durch das Großhirn sind wir in der Lage, geistige Leistungen zu vollbringen. Das Großhirn unterteilt sich in verschiedene Bereiche. In den motorischen Feldern werden Bewegungen gesteuert und das Sprechen ermöglicht. Sensorische Felder, zum Beispiel das Sehzentrum im Hinterkopf, empfangen Informationen aus unseren Sinnesorganen. Beim Menschen sind die Assoziationsfelder besonders ausgeprägt. Hier werden Informationen aus verschiedenen Gehirnteilen miteinander verknüpft. Auch die Intelligenz eines Menschen wird maßgeblich vom Großhirn bestimmt. Unter Intelligenz, lateinisch Intelligenz gleich einsichtsvoll, verständig, verstehen die Gelehrten unterschiedliche Fähigkeiten. Wie man sich an neue Aufgaben und Lebensbedingungen anpasst, wie man Informationen verarbeitet, wie man Probleme löst oder neue Einsichten gewinnt. Das Gehirn liegt gut geschützt in der knöchernen Schädelkapsel. Es wird durch Scheidewände aus Bindegewebe sicher an seinem Platz gehalten. Selbst im Schlaf, wenn das Bewusstsein abgeschaltet ist, arbeiten lebenswichtige Gehirnteile weiter. Das menschliche Gehirn ist durchschnittlich zweieinhalb Pfund schwer. Dreimal mehr wiegt das Gehirn eines Elefanten. Weder Größe noch Verhältnis zum Körpergewicht spielen bei der Leistungsfähigkeit des Gehirns eine Rolle. Bemerkenswertes Das Gehirn eines Babys Die Gehirnmasse eines Säuglings beträgt nur ein Viertel der eines Erwachsenen. Dennoch verfügt das Baby schon über sämtliche Neuronen. So nennt man die Nervenzellen mit ihren Nervenfasern, die der Erwachsene je haben wird. Doch erst mit dem Beginn des Erwachsenwerdens endet der Entwicklungsprozess des Gehirns. Dann erst sind die Verknüpfungen zwischen den Neuronen ausgebildet. Ärzte und Arzneien Krankheiten vorzubeugen, sie zu heilen und zu lindern, das ist die Aufgabe der Medizin, lateinisch Heilkunde. Ihre wichtigsten Mittel sind Arzneien und die Chirurgie. Die genauen Anfänge der Medizin liegen im Dunkeln. Funde beweisen jedoch, dass bereits die Steinzeitmenschen Heilkräuter kannten und gebrochene Glieder einrichten konnten. Und warum heute nicht mehr? Die wissenschaftliche Medizin fand ihren Anfang im alten Griechenland. Der berühmteste griechische Arzt war Hippokrates. Seine Lehren beherrschten lange Zeit die Medizin. Hippokrates forderte von seinen Arztkollegen, sich vor ihrem Eingreifen zuerst ein vollständiges Krankheitsbild zu machen. Außerdem sollten stets die Selbstheilungskräfte der Patienten mobilisiert und erst danach die Krankheiten durch Heilmittel kuriert werden. Jeden neu ausgebildeten Mediziner ließ Hippokrates vor Antritt seines Amtes einen Eid schwören. Der Eid des Hippokrates wird noch heute von den Medizinern abgelegt. Als im 15. Jahrhundert das bis dahin verbotene Sezieren von Leichen üblich wurde, machte die Medizin einen Riesenschritt nach vorn. 1543 veröffentlichte Andreas Wesal sein Buch »Vom Bau des menschlichen Körpers« und begründete damit die Anatomie. 1616 gelang dem englischen Arzt William Harvey eine epochemachende Entdeckung. Er beschrieb sie 1628 in seinem Buch »Die Bewegung des Herzens und des Blutes«. Harvey hatte den Blutkreislauf entdeckt. Trotz dieser Erfolge trieben zu dieser Zeit nach wie vor zahlreiche Quacksalber ihr Unwesen. Im 19. Jahrhundert wurden die Bakterien als Erreger von Krankheiten ausgemacht. Der französische Forscher Louis Pasteur entwickelte ein Verfahren, bei dem Lebensmittel durch Erhitzen haltbar gemacht werden, die Pasteurisierung. Der deutsche Arzt Robert Koch erkannte, dass zu jeder Krankheit ein bestimmter Erreger gehört. 1882 entdeckte er den Tuberkulose-Erreger, ein Jahr darauf den Erreger der Cholera. Sieben Jahre später gelang dem deutschen Mediziner Emil von Behring die Entwicklung von Impfstoffen gegen Diphtherie und Tetanus, Wundstarrkrampf. Er hatte sie aus dem Blut von Tieren gewonnen, denen er kleine Mengen des Diphtherie- bzw. Tetanus-Toxins, des Bakteriengiftes, verabreicht hatte. Einen Meilenstein der Medizin setzte schließlich Alexander Fleming. Der schottische Wissenschaftler bemerkte 1928, dass auf einem seiner Nährböden Schimmel gewachsen war und die Bakterien abgetötet hatte. Er entwickelte aus dem Schimmelpilz Penicillium das erste und am häufigsten eingesetzte Mittel, das Bakterien abtötet oder in ihrer Vermehrung beeinträchtigt. Er nannte es Penicillin. Später fand man noch viele weitere Substanzen, mit denen sich bestimmte Krankheiten gezielt bekämpfen ließen. Millionen Menschenleben konnten gerettet werden. Eine große pharmazeutische Industrie entstand. Bemerkenswertes Der Gott der Heilkunst Symbole des Arztberufes sind noch heute der Stab und die heilige Schlange des Asklepios, des griechischen Gottes der Heilkunst. Als Asklepios oder Eskulab, der Legende nach seine Wunderheilungen an Toten versuchte, wurde er von Zeus mit einem Blitz in die Unterwelt geschleudert. Der Asklepios-Kult entstand im fünften Jahrhundert vor Christus parallel zum Wirken des Hippokrates. Unter dem Messer Die Chirurgie, die Wundarznei, war lange Zeit ein Stiefkind der Medizin. Erst als die Anästhesie entstand und keimtötende Mittel, die Antiseptika aufkamen, begann sich dies zu ändern. Nun konnten die Chirurgen, die um 1900 erstmals weiße Kleidung trugen, um Schmutz sofort sichtbar zu machen, in Ruhe operieren. Doch nicht immer ist eine Operation nötig. 1895 entdeckte der deutsche Physiker Wilhelm Röntgen die nach ihm benannten Röntgenstrahlen. Mit ihrer Hilfe war es den Ärzten erstmals möglich, in den Körper zu schauen, ohne ihn zu öffnen. Als man kurz darauf die zerstörerische Wirkung der Röntgenstrahlen auf Gewebe erkannt hatte, begann man sie auch erfolgreich zur Bekämpfung von Wucherungen und Tumoren einzusetzen. Noch genauere Bilder des Körperinneren liefern seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts Computertomographen. Auch der für den Menschen unhörbare Ultraschall hilft bei der Beobachtung und Überwachung bestimmter Körperfunktionen. Modernste Technik hat auch im Operationssaal Einzug gehalten, wo das herkömmliche Skalpell, das traditionelle Schneidwerkzeug des Chirurgen, immer häufiger durch den Laserstrahl abgelöst wird. Die energiereichen Laser lassen sich sehr genau steuern und sie verursachen weniger Schmerzen und Blutungen. Keine äußerlich sichtbaren Operationsspuren hinterlassen die neuesten Endoskope, griechisch Endon gleich drinnen und Skopäin gleich schauen, die nicht nur Blicke ins Körperinnere, sondern auch Operationen ermöglichen. Künstliche äußere Körperteile, Prothesen, gibt es schon seit Jahrhunderten. Sie sind im Laufe der Zeit vervollkommnet und durch Implantate und Transplantate ergänzt worden. Implantate werden in den Körper eingesetzt, wo sie die Funktion eines Organs oder Körperteils übernehmen. Transplantate sind lebende Organe von meist anderen Menschen, die einem Patienten eingepflanzt werden. Zu den gebräuchlichsten Implantaten gehören Herzklappen, Herzschrittmacher, Zähne, Kniegelenke, Bandscheiben und Schultergelenke. Künstliche Nieren sind Geräte, die das Blut des Patienten außerhalb des Körpers von Abfallstoffen reinigen. Sie werden nur verwendet, bis ein Spenderorgan für eine Transplantation gefunden ist. Die ersten Dialysegeräte, griechisch Dialysis gleich Auflösung, wurden ab 1940 gebaut. Heute werden nicht mehr nur Krankheiten kuriert. Ein völlig neuer Zweig der Medizin, die Epidemiologie, griechisch Lehre von den Epidemien, untersucht, warum Krankheiten auftreten, wen sie treffen und wie und warum sie sich ausbreiten. Mit der Ausbreitung des Christentums übernahmen vor allem Nonnen die Pflege von Kranken. Die Anredeschwester für die Krankenpflegerin erinnert noch heute an die Ordensschwestern, die sich entsprechend ihren Gelübden jahrhundertelang um die Schwachen und Kranken kümmerten. Chemie Alles ist Stoff Uns umgibt eine Unmenge verschiedener Stoffe. Sand, Holz, Papier, Glas, Steine, Metalle, Kunststoffe, Wasser, Luft und viele andere mehr. Stoffe können weich sein oder hart, spröde oder biegsam, rau oder glatt. Sie können farbig sein oder einen typischen Geschmack haben. Alles, was wir sehen können oder wie Luft manchmal auch nicht, was wir riechen, fühlen, schmecken und wiegen können, sind chemische Stoffe. Die Chemie, eine vergleichsweise noch junge Naturwissenschaft, untersucht, wie diese Stoffe zusammengesetzt sind, ob sie sich in verschiedene Bestandteile zerlegen lassen und wie sie unter bestimmten Bedingungen mit anderen Stoffen reagieren. In der chemischen Industrie wird dieses Wissen dann praktisch umgesetzt. Man stellt Substanzen her, die in der Natur nicht oder nur selten vorkommen. Bereits die altgriechischen Philosophen bemühten sich, die damals bekannten chemischen Vorgänge theoretisch zu erklären. Vor allem aber suchten sie nach den Stoffen, aus denen alle Dinge in der Welt bestehen. Empedokles lehrte, dass es vier Elemente gäbe, aus denen sich alle Dinge zusammensetzten. Erde, Wasser, Luft und Feuer. Nach der Überzeugung von Aristoteles konnten sie sogar ineinander übergehen. Außerdem strebe die gesamte Natur nach Vollkommenheit, nach einer immer höheren Seinsweise. Diese noch wenig wissenschaftlichen Vorstellungen führten, vermischt mit religiösem Gedankengut, zu einer verlockenden Idee. Man träumte davon, unedle, also weniger wertvolle Metalle wie Eisen oder Blei in Gold umwandeln zu können. Diese Idee sollte die Chemie über viele Jahrhunderte beherrschen. Ihren Ursprung hatte die Alchemie, wie man das Streben nach dem künstlichen Gold nannte, in Ägypten. Später versuchten auch in Europa Alchemisten ihr Glück. Rastlos suchten sie in ihren Laboratorien, den Alchemistenküchen, nach einer geheimnisvollen Substanz. Denn nur mit dem Stein der Weisen, so glaubte man, sollte es möglich sein, künstliches Gold herzustellen. Das gelang zwar nicht, immerhin aber machten die Alchemisten Entdeckungen, die nicht nur für die spätere Chemie von Bedeutung waren. Einer der bekanntesten Goldsucher war Johann Friedrich Böttger. Er war Goldmacher wie viele andere auch. Als er von Preußen nach Sachsen fliehen musste, konnte er im Auftrag von König August dem Starken seine Experimente fortsetzen, allerdings um den Preis seiner Freiheit. Nach einem vergeblichen Fluchtversuch bekam er den Auftrag, der Porzellanherstellung auf die Spur zu kommen. 1708-1709 gelang ihm die Herstellung von weißem Hartporzellan. Das weiße Gold wurde als Meißener Porzellan weltberühmt. Viele Dinge, die wir tagtäglich ganz selbstverständlich verwenden, verdanken wir der Chemie. Seifen, Kosmetika, Waschmittel, Medikamente, Lacke, Farben, Düngemittel, Autoreifen. Die chemische Industrie ist heute einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Klein, kleiner, Atom Alle Dinge auf der Welt bestehen aus winzigen Teilchen, den Atomen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Sterne oder Steine handelt, um Tiere, Pflanzen oder auch um Wasser. Selbst die Luft, die wir normalerweise nur als Wind wahrnehmen, setzt sich aus Massen von Atomen zusammen. Die erste Atomtheorie stellte der griechische Philosoph Demokrit auf. Er war überzeugt, dass es kleinste, unteilbare Teilchen geben müsse, aus denen alles in der Natur entstünde. Er nannte sie Atome, weil »unteilbar« im griechischen »Atomos« heißt. Anfang des 19. Jahrhunderts griff der englische Physiker und Chemiker John Dalton die Idee von Demokrit wieder auf und entwickelte eine moderne Atomtheorie. Mit ihr lassen sich verschiedene und grundlegende chemische Gesetzmäßigkeiten anschaulich erklären. Atome verbinden sich miteinander zu größeren Gebilden, den Molekülen. Manche Stoffe, wie etwa Sauerstoff, bestehen nur aus Atomen ein und derselben Art. Das sind die Elemente. Elemente unterscheiden sich untereinander, weil ihre Atome verschieden sind. Andere Stoffe, zum Beispiel Wasser, setzen sich aus miteinander verbundenen Atomen verschiedener Elemente zusammen. Aus zwei Atomen Wasserstoff, Hydrogen, und einem Atom Sauerstoff, Oxygen. Die Formeln in der Chemie geben an, welche Atome in einem Molekül vorhanden sind und in welcher Menge sie vorkommen. Zunächst wurde angenommen, die Atome seien die allerkleinsten Weltbausteine und damit nicht teilbar. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts weiß man, dass sich Atome aus verschiedenen Teilchen zusammensetzen. 1911 stellte der britische Physiker Ernest Rutherford ein erstes Atommodell vor. Danach befindet sich im Mittelpunkt des Atoms ein Kern, der aus winzigen Elementarteilchen besteht, den positiv geladenen Protonen und den elektrisch neutralen Neutronen. Der positiv geladene Atomkern wird von anderen Teilchen mit großer Geschwindigkeit umkreist. Sie heißen Elektronen und werden durch ihre negative elektrische Ladung in den Kreisbahnen gehalten. Obwohl der Atomkern unglaublich winzig ist, befinden sich dort mehr als 99,9 Prozent der Masse des Atoms. 1913 nahm der dänische Physiker Nils Bohr an, dass die Elektronen den Kern des Atoms in Schalen umhüllen. Dieses Atommodell wurde später mehrfach verfeinert. Inzwischen weiß man, dass die Protonen und die Neutronen aus den noch kleineren Quarks aufgebaut sind. Quarks werden von sogenannten Gluonen, den Bindungsteilchen, zusammengehalten. Das winzige Atom und unser riesiges Sonnensystem haben durchaus eine Gemeinsamkeit. Die Elektronen umkreisen den Atomkern ähnlich wie die Planeten unseres Sonnensystems die Sonne. Elemente in Reihe und Glied Für die Gelehrten des alten Griechenlands waren Erde, Luft, Feuer und Wasser die Grundelemente schlechthin. Der englische Physiker und Chemiker Robert Boyle widersprach dieser Vorstellung. In seinem Buch »Der zweifelnde Chemiker« definierte er ein Element als einen Stoff, der sich nicht in noch einfachere Stoffe zerlegen lässt. Chemiker unterteilen alle Stoffe, die uns umgeben, grob in zwei Arten. Erstens in die reinen Substanzen wie Gold oder Eisen, die nur aus einer Art von Atomen bestehen. Man bezeichnet sie als Elemente. Und zweitens in die Gruppe der chemischen Verbindungen wie Wasser oder Kochsalz, die sich aus Atomen verschiedener Elemente zusammensetzen. Robert Boyle hatte Recht. Wasser ist ebenso wie Erde kein Element, sondern eine Verbindung. In der Natur kommen nur 92 Stoffe als Element vor, darunter Gold, Silber, Kupfer, Eisen und Magnesium. Weitere 28 konnten im Labor künstlich hergestellt werden. Die meisten Elemente wurden zwischen 1700 und 1900 entdeckt. Bis 1700 waren lediglich 15 Elemente bekannt. In der Mitte des 19. Jahrhunderts erkannten die Forscher, dass sich manche Elemente wegen ihrer ähnlichen chemischen und physikalischen Eigenschaften in Gruppen zusammenfassen lassen. 1869 legten der russische Chemiker Dimitri Mendeleev und der deutsche Lothar Meyer unabhängig voneinander natürliche Systeme der chemischen Elemente vor. In seinem sogenannten Periodensystem der Elemente schrieb Mendeleev die Elemente nach steigendem Atomgewicht nebeneinander auf. Nach jeweils sieben Elementen wiederholten sich die Eigenschaften. So schrieb er die chemisch ähnlichen Elemente jeweils untereinander und erhielt auf diese Weise ein System aus waagerechten Perioden und senkrechten Gruppen. Da zu seiner Zeit noch nicht alle Elemente entdeckt waren, ließ der Forscher an den entsprechenden Stellen seines Systems Lücken. Zum Erstaunen zahlreicher anderer Wissenschaftler sagte er diese Elemente mit ihren wesentlichsten chemischen und physikalischen Eigenschaften voraus. Als Mendeleevs Voraussagen fast völlig mit den tatsächlichen Werten der später entdeckten Elemente übereinstimmten, feierte die Chemie einen ihrer größten Triumphe im 19. Jahrhundert. Viele Elemente tragen die Namen ihrer Entdecker, andere haben griechische oder lateinische Bezeichnungen oder heißen nach dem Ort, an dem man sie erstmals fand. Bereits 1813 hatte der schwedische Chemiker Jöns Berzelius ein einfaches Begriffssystem für die Elemente eingeführt, das noch heute gebräuchlich ist. Danach wird jedes chemische Element mit einem eigenen Symbol belegt, das immer aus dem ersten Buchstaben seines lateinischen Namens besteht. Haben zwei Elemente denselben Anfangsbuchstaben, so fügt man einen zweiten kleinen Buchstaben hinzu. Schwefel hat beispielsweise die Abkürzung S und Silber die Abkürzung AG von Agentum, dem lateinischen Wort für Silber. Die Elemente werden in drei Klassen eingeteilt. Metalle, Nichtmetalle und Halbmetalle. Metalle sind feste Körper, außer dem flüssigen Quecksilber, mit meist hohen Schmelz- und Siedepunkten. Die meisten Nichtmetalle sind Gase, mit niedrigen Schmelz- und Siedepunkten. Halbmetalle besitzen sowohl Eigenschaften der Metalle als auch der Nichtmetalle. Der überwiegende Teil der chemischen Elemente sind Metalle. Organische und anorganische Chemie Die Chemie unterteilt sich in zwei große Arbeitsgebiete. Die organische und anorganische Chemie. Früher verstand man unter organischer Chemie die Lehre von den in Pflanzen und Tieren, in lebenden Körpern also, aufgebauten Stoffen. Das sind beispielsweise Eiweiß, Fett, Zucker oder auch Harnstoff. Heute dagegen umfasst der Begriff organische Chemie all jene Verbindungen, die das Element Kohlenstoff enthalten. Kohlenstoffatome können sich mit anderen Kohlenstoffatomen zu Molekülketten, Ringen oder noch komplizierteren Bindungen zusammenfügen. Sie setzen sich manchmal aus Tausenden von Atomen zusammen. Gegenwärtig kennt die organische Chemie, zu der unter anderem auch die Fachgebiete Biochemie und Lebensmittelchemie gehören, über 16 Millionen Kohlenstoffverbindungen. Die Zahl der anorganischen Verbindungen ist um ein Vielfaches geringer. Die organische Chemie hat in unserem täglichen Leben eine große Bedeutung. Zu den Kohlenstoffverbindungen, mit denen wir es im Alltag zu tun haben, gehören beispielsweise Fette, Zucker, Stärke, Kosmetika, Arzneimittel, Reinigungsmittel und Farbstoffe. Unter den organischen Verbindungen gibt es eine große Anzahl von Stoffen, die lediglich aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen, die Kohlenwasserstoffe. Auch sie sind aus unserem täglichen Leben nicht wegzudenken. Bekannte Kohlenwasserstoffe sind Petroleum, Propangas, Dieselöl und Schmieröl. Auch Erdöl, ein Flüssigkeitsgemisch aus verschiedenen Kohlenwasserstoffen, und Erdgas gehören zu den organischen Stoffen. Weil organische Verbindungen immer Kohlenstoffverbindungen sind, nennt man die organische Chemie heute auch die Chemie der Kohlenstoffverbindungen. Während die organische Chemie sich mit den Verbindungen des Kohlenstoffs beschäftigt, umfasst die anorganische Chemie alle Elemente und Verbindungen, die keinen Kohlenstoff enthalten. Zur anorganischen Chemie gehören beispielsweise solche Bereiche wie die Chemie der Metalle und die Chemie der Erden. Der überwiegende Teil der chemischen Elemente sind Metalle. Sie sind gute Leiter für Wärme und Elektrizität und haben hohe Schmelzpunkte. Darüber hinaus kann man Metalle biegen, pressen, walzen, hämmern und ziehen. Auch lassen sich geschmolzene Metalle gut mit weiteren metallischen oder nichtmetallischen Stoffen vermischen. Die so entstehenden neuen Stoffe haben andere Eigenschaften im Vergleich zu den einzelnen Bestandteilen. Solche Stoffe nennt man Legierungen. Das häufigste Metall der Erde ist Eisen. Die schwersten Metalle sind Wolfram, Osmium und Iridium. Das leichteste ist Lithium. Wenn man Metalle an der Luft erhitzt, reagieren sie mit dem Sauerstoff. Neue Stoffe entstehen, die sogenannten Metalloxide. Mit Säuren wiederum bilden die Metalle Salze. Da sich die organische und die anorganische Chemie vielfach überschneiden, gibt es in der Praxis meist keine strenge Trennung zwischen diesen beiden chemischen Arbeitsgebieten. Bemerkenswertes. Ungewöhnliche Metalle. Zwei seltsame Metalle sind Quecksilber und Kalium. Quecksilber ist das einzige Metall, das bei Zimmertemperatur flüssig ist. Kalium wiederum ist weich wie Wachs und schwimmt auf dem Wasser. Weil es von feuchter Luft sofort angegriffen wird, bewahrt man es in Öl oder flüssigem Paraffin auf. Wenn sich Stoffe verändern. Was passiert, wenn man zwei oder mehr Stoffe zusammenfügt? Dann kann zweierlei geschehen. Entweder sie mischen sich, behalten aber ihre ursprüngliche Form. Oder sie verändern sich chemisch und werden zu einer neuen Art von Stoff. Dann hat, wie die Wissenschaftler sagen, eine chemische Reaktion stattgefunden. Ihr Kennzeichen ist, dass die Produkte der Reaktion andere Eigenschaften haben als die Ausgangsstoffe. Mit unterschiedlichen Verfahren, dem Erhitzen beispielsweise, lässt sich der Zusammensetzung unbekannter Stoffe auf die Spur kommen. Solche Analysen versuchten schon die frühen Chemiker. Bei einer chemischen Reaktion geht keine Materie verloren und es wird auch keine zerstört, selbst wenn sie ihre Form ändert. Dies ist eines der grundlegenden naturwissenschaftlichen Gesetze. Es besagt, dass die Masse der Stoffe vor der chemischen Reaktion gleich der Masse der Stoffe ist nach der Reaktion. Formuliert hat das Gesetz von der Erhaltung der Masse der französische Wissenschaftler Antoine Lavoisier. Bei jeder chemischen Reaktion wird Energie umgesetzt. Man unterscheidet zwischen Exothermenreaktionen, von griechisch Exo heraus und Thermos Wärme, und Endothermenreaktionen, von griechisch Endo hinein. Wird Energie frei, in Form von Wärme, Licht oder Elektrizität, spricht man von einer Exothermenreaktion. Muss man dagegen Energie zuführen, ist die Reaktion Endotherm. Die meisten chemischen Reaktionen benötigen eine Startenergie. Chemische Reaktionen laufen unterschiedlich schnell ab. Manche erfolgen schlagartig, das sind die Explosionen. Andere verlaufen sehr viel langsamer. Ein Nagel, eine Eisenbahnschiene oder ein Fahrrad rosten erst nach Jahren. Druck, Temperatur, Licht, die Oberflächengröße und die Zusammensetzung der Ausgangsstoffe beeinflussen dies. Chemische Vorgänge lassen sich auch beschleunigen. Das bewirken die Katalysatoren. Sie ebnen den Beteiligten einer chemischen Reaktion den Weg, ohne sich selbst dabei zu verändern oder an ihr teilzunehmen. Ohne Katalysatoren würden viele Reaktionen nicht oder nur sehr langsam ablaufen. Rund 90% aller Chemikalien werden unter der Verwendung von Katalysatoren hergestellt. Bemerkenswerte Katalysatoren bringt auch die Natur hervor. Enzyme. Diese Stoffe lassen in Lebewesen chemische Reaktionen ablaufen. Enzyme sind entscheidend am Verwerten unserer Nahrung beteiligt. Sie werden auch künstlich erzeugt und beispielsweise in der Waschmittelproduktion genutzt. Bemerkenswertes. Der Kat. Auch der Abgaskatalysator des Autos ist ein chemischer Beschleuniger. Er besteht im Wesentlichen aus einem mit Platin und Rhodium beschichteten, wabenartigen Keramikkörper, dessen fein strukturierte Oberfläche der Größe zweier Fußballfelder entspricht. Auf dieser Oberfläche laufen die katalytischen Reaktionen ab. Sie spalten die giftigen und schädlichen Abgase in weniger schädliche Produkte. Kunststoffe. Im Jahre 1909 gelang dem amerikanischen Chemiker belgischer Herkunft Leo Hendrick Beckeland eine folgenreiche Entdeckung. Während eines Experiments bemerkte er eine dunkle, terartige Masse, die durch ihr Hitzen zu einem harten Stoff wurde. Beckeland hatte den ersten, vollständig aus künstlichen Ausgangsstoffen hergestellten Stoff erfunden. Der neue, hitzebeständige Werkstoff ließ sich in jede beliebige Form pressen und wurde nach seinem Erfinder Bakelit genannt. Aus dem dunkelbraunen Bakelit entstanden damals Telefonapparate, Radiogehäuse und elektrische Stecker. Heute sind Kunststoffe aus unserem täglichen Leben gar nicht mehr wegzudenken. Chemiker verstehen unter Kunststoffen organische Verbindungen, die durch chemische Synthese hergestellt werden. Kunststoffe bestehen aus Riesenmolekülen, in denen bis über hunderttausend kleine gleichartige Moleküle miteinander verknüpft sein können. Diese kleinen Bausteine heißen Monomere, griechisch Mono 1 plus mehr Teil. Die Riesenmoleküle sind Polymere, griechisch Poly, gleich viel. Die Makromoleküle, wie sie auch heißen, können fadenförmig, netzartig oder verzweigt sein. Alle Kunststoffe und viele Textilfasern bestehen aus künstlich hergestellten Polymeren. Kunststoffe werden aufgrund ihres Verhaltens beim Erhitzen in zwei große Gruppen eingeteilt. Thermoplaste und Duroplaste. Thermoplaste werden bei jedem Erwärmen weich. Dann lassen sie sich leicht verformen. Bekannte thermoplastische Kunststoffe sind PVC, Polyvinylchlorid, Plexiglas und Polyethylen. Duroplastische Kunststoffe wie Bakelit und Melamin behalten ihre einmal erhaltene Gestalt bei. Sie lassen sich durch Erwärmen nicht verformen und zersetzen sich bei zu hohen Temperaturen. Schließlich gibt es noch Kunststoffe, die elastisch wie Gummi sind, die Elastomere. Der wichtigste Rohstoff für die Synthese von Kunststoffen ist neben Erdgas das Erdöl. Aus ihm entsteht nach verschiedenen Bearbeitungsstufen ein Granulat, das unterschiedlich weiterverarbeitet wird. Verschiedene Kunststoffe lassen sich durch Schäumverfahren, beispielsweise durch Einblasen oder Einrühren von Luft in die Grundmasse, aufschäumen. Kunststoffe sind sehr leicht. Deshalb setzt man sie immer mehr im Fahrzeug, Flugzeug und Schiffsbau ein. Auch als Wandverkleidungen, Fensterrahmen, Heizöltanks, Chemikalienbehälter, Fußbodenbelege, Schläuche, Spielzeug, Büroartikel und im Haushalt finden sie zunehmend Verwendung. Kunststoffe haben allerdings auch Nachteile. Sie können höheren Temperaturen meist nur begrenzt standhalten und sie sind nicht so kratzfest wie Metall oder Glas. Vor allem aber lassen sie sich nur umständlich entsorgen. Kunststoffe verrotten auf Deponien nicht. Deshalb bemüht man sich verstärkt um eine Wiederverwertung. Bemerkenswertes Die erste Kunstfaser Die erste nur aus künstlich gewonnenen chemischen Verbindungen hergestellte Faser war Nylon. Das stabile, dehnbare Material ist haltbarer und billiger als Naturfasern. Nylon führte zu einer wahren Revolution in der Textilindustrie. Die ersten Damenstrümpfe aus Nylon kamen bereits 1940 auf den Markt. Sie wurden ein Verkaufsschlager. Weitere Hörbücher aus der Reihe CD Wissen Allgemeinbildung gibt es im Buchhandel und unter www.hörkiosk.de. Der Audio-Media-Verlag bedankt sich fürs Zuhören. Die erste Proto-Media-Verlag werden vernet. Der Audio-Verlag Die erste Proto-Media-Verlag